So, Klausur. Also Klausuren sind doof. Also finde ich jedenfalls. Ich habe immer wieder Studierende, die mir sagen, also Herr Marx, eigentlich doch sehr interessant, das Thema Informatik. Aber ich habe eigentlich bei dieser Prüfungslast gar keine andere Wahl, als vier Gewinn zu spielen. Ich muss da irgendwie drüber. Und von daher kann ich da eigentlich gar nicht so viel machen, wie ich machen wollte. Die Midterms sind Mini-Prüfungen, die halt unter Semestrik, eben Midterm, stattfinden. Und die führe ich elektronisch durch. Und wenn Sie sich dort anmelden, dann melden Sie sich wieder an. Mit Ihrem Hochschul- und Ihrer Hochbewegung-Zertrund kennenlernen. Warum? Das war's? Das war's, ja. Okay, gut. 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 Gut.